Der Neinkurs. In diesem Kurs neigen Sie verschiedene Sachen. Zum Beispiel eine Umhängtasche, ein Kleidungsstück, ein Rucksack oder ein Küsschen. Schritt für Schritt zeigt Ihnen die Kursleiterin, wie das hier geht. Sie arbeiten mit verschiedenen Stoffen und Materialien. Sie dürfen natürlich auswählen, was Ihnen am besten gefällt. Sie zuschneiden, zusammenheften und neigen Sie von Hand oder mit der Neimaschine. Es ist eine grosse Freude, wenn man etwas, was man selber gemacht hat, mit Hause nehmen darf. Der Kurs ist für alle, die gerne neigen und mit einer Neimaschine arbeiten dürfen.